moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja wir wollen jetzt versuchen ortega zu finden also ich habe ihn wie vor ihn zu finden und ja irgendwie will ich auch schauen wo oder wie ich warte man kann er vielleicht krankheitsresistenz beibringen der sebastian habe ich das bei ihm gelesen krankheitsresistenz oder hierdings resistenz hier sebastian bringen wir etwas über alte magie bei das vielleicht damit zu tun hiermit nix als bringen wir was über alchemie bei feuerpfeile herstellen mana tränke braun permanente tränke braun das würde ich eher machen wollen permanente tränke als nächstes lernen kann ich irgendwie wieder was hier machen dazu fehlen mir die zutaten nicht fehlen mir okay ich habe keine fläschchen mehr dann gehen wir mal wieder und suchen ortega der ist ja irgendwo unten an der küste hieß es ich glaube ich will das gar nicht hören meine küste soll irgendwo sein sind ich ja auch vielleicht wieder donos darfst gewinnen doch ich höre was also das waren banditen die rebellen speichern noch einmal ich bin ich bin im flug am speichern wir okay war das dann geht da unten von wir kommen immer wieder nach der zurück in die komische aber okay wir haben hier aber auch noch nicht alles abgeschlossen neue schild ist hier auch ein neuer locker ja bis hier so jemand müssen wir auch wirklich auf hirschjagd gehen weil das die fleisch wieviel fehlt uns für die nächste stufe auch nicht mehr als so viel ich glaube ich hier ist dann auch wieder wo hieße soll das sein und der kategorie wahrscheinlich dann eher und der küste und hier habe ich bisher also die küste habe ich ja schon abgesucht gehabt von hier wurde unser schiff auch irgendwie geklaut gekapert von banditen stellt sich mir die frage finden wir unser schiff auch wieder oder vielleicht hier unterm leuchttuch da bei den ganzen wölfen und das sind viele wölfe die hier sind aber wirklich hier sehr viele wirklich wie viele sind denn das nicht schon ein bisschen heftig waldbärde 11 wenn ich war ichbereich ist noch sind die alle mit nur einem schlag hier umzulegen von den wölfen 1 2 3 4 5 6 7 sieben wölfe meine ich gezählt zu haben hier die kann ich nicht hoch So, Kaffee. Montera auch Kapi Rebell Rebell Wo ist der Typ, der irgendwie ein Problem mit uns hat? Ich glaube, der war so. Hat er anscheinend alles wieder vergessen. Aber okay, wir können gleich mal schauen, dass wir die Kirsche... Ah, okay. Jetzt geht das mit einem Hit. Okay, das finde ich wieder nice. Können wir wieder ordentlich Fleisch sammeln. Bisschen höher. So, ja. Da haben wir eine beschissene Blutgiegel. Nein? Ja. Ach komm. Nice. Bisschen Fleisch kriegen wir wieder. Für wen war die Quester eigentlich hier nochmal mit dem Hirten? Wer wollte die ganzen Hirsche erlegt haben? So, das machen wir auch. Oh, die Heilgutze nun mal mit. Gibt es noch mehr? Eigentlich ja, müsste es auch sein. Hier sehe ich noch eine Heilgutze, oder Pflanze. Waldbärde. Ein Dodo. Ah! Ah! Gibt es hier keine Kirsche mehr? So, hier gibt es keine Kirsche mehr. Alle erlebt. Wenn ich hier nochmal ein Lobgut gucke, für Adair, dann lege ich schon die Hirsche. Ähm, bei Chris war das. Ähm, da gucke ich mir das Fleisch, das Scholle-Hirsche drüben rosten und ich zeige dir ein paar Tricks. Ah, okay. Okay, suchen wir Chris. Ich muss nicht alle erledigen, glaube ich. Ich sollte Chris nur das Fleisch bringen. Ist du Chris? Wirst du Chris? Auch nicht. Wo war Chris und wer war Chris? Aber nun mal Rebell? Schaut aber gerade aus, als wäre der da irgendwie in die Bücherregale oder sowas. Bist du Chris? Nein? Wer war Chris? Hast du mir das hier schon gelesen? Uninteressant. Wer war noch mal Chris? Du solltest meinen Rad annehmen. Händler? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich glaube wir verkaufen den hier und die Bolzen erstmal. Wir brauchen da B. Wobei die Bolzen lassen war, aber die Armbrust. Ich denke darüber, nein. Ich würde das gar nicht da machen. Ich würde das gar nicht da machen. Ich denke darüber, nein. Ach, nur doch warum. Oh, die Buchständer. Am Anfang zogen die Normaden über das Lager und der ewige Wanderer führte sie. Alteres Wissen plus 3. Ah. Hier nehme ich auch mal alles mit. Solange wir geduckt sind, geht da keiner mitkriegen, oder? Aber wer ist jetzt Chris? Äh, ich weiß nicht wovon du redest. Ich weiß nicht wovon du redest. Ich glaube dir kein Ding. Du dreckiger Dieb! Okay, geht schon los. So, okay. Wer war jetzt Chris? Was? Gucken wir mal, die haben ihn lockt. Äh. Also auf jeden Fall muss der hier irgendwo bei Adea sein. War der vielleicht unten? Da wo Lester war? Das ist Fischer. Flüchtling. Okay, wer war Chris und wo war Chris? Und wie sieht es mit unseren Skills aus? Stärke 174. Ja, geschickt. Ältes Wissen sind wir schon bei 16. Achso, und ich müsste sie dann vielleicht einmal so machen. Haben wir sonst noch irgendwie was, was wir da unten vielleicht hinpacken könnten? Gegen GIF würde ich mal hier hinpacken. So, ähm. Irgendwas gegen Krankheit habe ich jetzt nichts, ne? So, aber das nehmen wir mal alles mit. Nein. Im Toto. Ernsthaft? Wie dämlich habe ich mich jetzt gerade angestellt. So. Die Pfeile muss ich jetzt wieder einsammeln. Falls ihr die noch wieder findet. Nein. Kann ich jetzt die vielleicht töten? Werden die jetzt noch überhaupt gebraucht? Ich habe ja gespeichert. Da! 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 Okay, die legen mich gleich hin. Da! Okay, die legen mich gleich hin. Gut, wenn dir jemand zuschlägt, dann bin ich das. Ja, das laden wir nochmal neu. Das laden wir nochmal neu. Okay. Gut, Heben. Ich würde das schön nachladen die 10 harbor. Leere behaving sehr gut ja? Ver плюсlegt. Der dominierte die Felixe verglebt hier? Man протests. was tut mir das so. . Es ist ja so. Der bewertethen. Aber ich frage mich, warum kann ich die nicht umlegen? Waffe weg! Huah! Du wagst es nicht zu schlagen, oder? Da! Da! Ne, das wird nix. Das wird nix hier. Da muss ich die Flucht erreichen. Und da ist noch ein Eber. Ja, super. Schlimmer verkacken kann man es nicht, oder? Muss ich da mal schauen, wie ich weiter mache. Erstens, ich will wissen, wo Ortega ist. Und das mit dem auch nochmal geklärt haben. Aber ich glaube, den werde ich wahrscheinlich nicht finden. Den kriegen wir auch nicht. Aber ich kann mich dann bei denen vielleicht erst mal an den Dings hier dazusetzen. 27 Euro ist gleich. Da haben wir wieder 69. Das ist nice. So, das führt nach Bengard. Da wollen wir nicht hin. Und da vorne haben wir eine Höhle. Und hier noch ein paar Hirsche. Und da vorne haben wir eine Höhle. Und hier noch ein paar Hirsche. wo wir gelaufen sind. So, Heilpflanze. Waldbäre. Stimmt. Hier waren Wölfe. Die müssen wir jetzt aber erledigen können, oder? Weil die jetzt nicht alle auf einmal losgehen werden, oder? Da. 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 was passiert hier gerade was ist das was war das denn echt jetzt was war das so um so schnell weg da ist wieder einer kann ich hier hoch nein ich hatte jetzt kurz gedacht vielleicht hatten die es nicht ich hatte die wölfe gerade ich glaube hier kommen wir auch erst mal nicht weiter an den säufen gegen den kommen wir an ich habe keine lustige in der gegner zu sein ich glaube ich gehe mal noch lieber noch ein bisschen auf hier ja noch mal vielleicht ein bisschen was auf stärke nein nein nicht werden wir sparen vielleicht hier drauf wert die wohnen wir würden es regenerieren das will ich ja altes wissen dafür brauchen wir aber auch schwert meister so schwert meister machen wir als nächstes dafür brauchen wir 20 und dann das hier Das heißt, wir investieren noch mal ein bisschen was in altes Wissen. Ich gehe dann mal nach Capcom. Ich glaube, da macht es mehr Sinn. Der eine wird uns wahrscheinlich nicht mehr angreifen wollen. Gehen wir von aus. Wir müssen schon alles längst vergessen haben, was uns betrifft. Aber Moment mal. Hier Red Ork, beseitigen die Ork-Patrouille auf dem Bauernhof. Herr Vorsicht, wenn sie sich für einen Rebellen halten, werden sie sich auseinandernehmen. Und hier, wir sind die einzigen freien Menschen in Mythana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouille. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind die Orks-Patrouille? Eine ständige wandernde Ork-Patrouille findet sie momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Katrouille eingemüßt. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Red Ork-Patrouille auf kurz oder lang finden. Ich komme richtig um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut, passt aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ja, diese Blutfliegen. Die nerven richtig. Vielleicht brauchen wir auch einfach eine bessere Rüstung. Und die, die ich habe, ist einfach zu schlecht. Äh, zeig mir deine Ware. Vielleicht muss ich doch die Rebellenrüstung haben. Vielleicht Rebellen. 5 kostet, 1000 kostet die nur. Wie viel macht meins, was ich hier habe? Äh, Lederkluft. Plus 10, plus 15, plus 15. Zeig mir deine Ware. Und die hier. Du bist in Ordnung. Nehme ich mal mit. Und rüste die Maus. Aber ich behalte die andere auch noch mal bei. Speicher auch mal. Vielleicht können wir damit die Ork-Patrouille da kaputthauen. Dass wir erst damit die, äh, töten können. Ich glaube, erst dann ist das möglich, als Rebell. So. Einmal kurz noch mal was essen. Und jetzt speichern. Und jetzt geht's. Was mich in Ruhe. Waffe weg. Waffe! Ah. 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 das hat auch ja nicht mit uns aber auf jeden rebellen rüstung reichen die uns doch nicht an ich hatte gedacht greifen uns an aber denen sind wir anscheinend egal und ihr wollt damit aufhören da 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 die voglin da will ich nicht aber ich glaube wir können die echt nicht töten warum können wir die nicht töten das hat sie vielleicht ein bug oder so oder muss ich mich für irgendwen schon hier entschieden haben dann würde ich mich vielleicht lieber um die orksamen bauernhof kümmern das ist ja auch nicht weit von mir wir haben vielleicht jetzt erstmal lieber keine ahnung vielleicht können wir danach die erst dort hinten machen das ist ja auf jeden fall eine patrouille das hatten wir schon warum höre ich ja dauernd wölfe sind doch keine dann speichere ich hier noch einmal so was willst du mora weg brr du schlägst mich ähm 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 jene hat uns bei mir hier nicht irgendwas mache ich falsch ich glaube ich lass das erstmal mit denen ich glaube ich lass das erstmal bleiben vor allem ich gehe die ganze zeit hier drauf oder einen versuch mache ich noch irgendwie hier draußen ähm äh 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 da 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 w musun bleib steh da Nee, der zählt nicht als tot. Wieso kann ich keine Orks töten? Und es ruckelt immer so viel. Nee, jetzt ernsthaft? Ich verstehe das nicht. Jens. Karek. Akrobate können die bei ihm lernen. Bis zum Morgen schlafen. Bring mir was über die Jagd bei. Was kann der nochmal beibringen? Umgang mit dem Bogen verbessern. So, wenn ich jetzt da hingehe, speichere ich noch einmal. Greifen die mich wegen der Rüstung an? Nope. Okay, wir sind denen egal, was ich für eine Rüstung anhabe. Mach dich nützlich, Mama. Halt! Keinen Schritt weiter. Äh, kann ich mit Uruk sprechen? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, zehn Punkte fehlen noch. Ich bin hier. Ich würde das vertrauen. Aber wir haben da oben noch einen Arena-Kampf vor uns. Einen würde ich noch machen wollen. Diese Folge ist auf jeden Fall voller Verzweiflung. So, äh, speichern nochmal. Ich bin auf jeden Fall stärker. Äh, gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen? Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. So, besiege Damok. Leute, es gibt einen Kampf. Ah! Ah! Au! Ah! Wieso dreht er sich so viel? Ich verstehe das Kampfsystem nicht mehr. Gestern ging das noch. Also, heute Nacht. Als ich ihn auch aufgenommen hatte. Da kam ich noch rein. Jetzt irgendwie funzt das gar nicht bei mir. gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen? Du k... Ich verstehe das noch. 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 das war das war das jetzt ein unentschieden oder ich weiß jetzt war das jetzt ein unentschieden oder ich habe gewonnen ich habe gewonnen du hast gut gekämpft es gibt keinen mehr dagegen die ich antreten will du bist der ich habe mich einen preis dieses schwert trage es mit stolz es ist eine gute klinge breitschwerter halt so den will ich wieder ausrüsten was ist das hier das war sein schwert dahin der hier ist besser als der hier ich speichere trotzdem warte mal wie ist mein ruf hier in abduhn ruf 75 jetzt kann ich doch mit dings reden das müsste jetzt reichen dass ich damit glaube ich hieß der reden kann das war jetzt wirklich interessant einen schritt weiter kann ich mit urug sprechen kann ich du bist also der mora der sich um die stadt verdient gemacht hat meine krieger reden über dich ich hoffe nur gutes sie respektieren dich das reicht mir okay du bist schwer zu erreichen du bist schwer zu erreichen wir anführen der orks geben uns nicht mit jedem beliebigen mora ab wir haben wichtige aufgaben für unser erfolg zu erledigen da bleibt keine zeit für angelegenheiten der sklaven dafür haben wir unsere seid nach was genau ist deine aufgabe was genau ist deine aufgabe ich suche nach einem weg die rebellen in der küstenregion auszureichern sie sind überall selbst in dieser stadt ich habe es bisher nicht geschafft ihren unterschlupf zu finden die sklaven nennen es redock ich nenne es rattennest was hast du unternommen um redock zu finden was hast du unternommen um redock zu finden meine patrouillen durchstreifen tag und nacht die küstenregion ich habe sogar einen paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden tag bisher ohne erfolg er hat immer noch nicht geredet was mit den rebellen innerhalb dieser stadt ich werde redock nicht für ihn vernichten was ist mit den rebellen innerhalb dieser stadt sie haben einen anführer ich habe noch nicht herausfinden können wer es ist der misst kerl hat eine brillante tarnung finde den kerl und gib ihm was er verdient vernichtet seine bellen untergrund und kaputt da ich will mit dem gefangenen paladin was kannst du mir was das erzählen was kannst du mir was da das erzählen der erste angriff auf faring war schon verloren als er zu uns kam doch dann hat er den morass ihre ruden magie genommen unser zweiter angriff auf faring hat die burg dann in ein schlachthaus verwandelt erzähl mir über dieses faring erzähl mir mehr über dieses faring ist eine hohe bergfestung am pass zu nordmai der nähe eurer hauptstadt bengard unsere stärksten krieger sind dort stationiert für jemanden wie dich lohnt sich die reise nach faring nur wenn du ein bekannter gladiator bist ich will mit dem gefangenen paladin reden ich will mit dem gefangenen paladin reden er ist oben im leuchtturm machen wir die was du willst ich bekomme kein wort mehr aus ihm heraus werde ich nicht für ihn vernichten darf hier an den pult einmal so ich werde mich hier aber einmal hinlegen wollen um die gesundheit vollzukriegen dafür an den pult weil ich einmal okay aber ich darf dann da hoch zum paladin trägt sich seine rüstung sogar ich hoffe es eine gute rüstung obwohl ich bezweifle dass wir so früh am anfang so eine gute paladin und alle also mehr paladin rüstung kriegen halt keinen schritt weiter lass mich vorbei lass mich vorbei du kannst reingehen noch ein pult hier steht nichts neues schade wer bist du wer bist du mein name ist wenzel ich bin paladin und komme aus monterer habe dort gegen die ors gekämpft was ist in monterer passiert was ist in monterer passiert eines morgens kurz bevor die sonne aufging hatten die ors die stadt umstellt das war dann das aus was die hälfte von uns fanden den tod alle anderen wurden versklavt warum bist du gefangener und kein sklave warum bist du gefangener und kein sklave einer ihrer sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die ors verkauft seitdem kommen die ors jeden tag zu mir und verhören mich ich soll ihnen verraten wo sich das rebellenlager befindet was weiß über redock was weißt du über redock redock ist hier an der küste der einzige zufluchtsort für unsere welt ich werde eher sterben als jemanden zu verraten wo sich meine brüder versteckt halten lassen dass die stadt auseinander nehmen ich habe denke wo gibt es noch rebellen wo gibt es noch rebellen außer ein redock sie sind überall im ganzen land gibt es gruppen die sich den orks entgegenstellen sie verstecken sich im wald in höhlen oder in den klippen die orks werden sie niemals alle finden wir werden erst ruhen wenn unser königreich wieder frei ist ich habe dein geld gerettet ich habe deinen kech gerettet gut gemacht ich bin stolz auf dich der kech muss zu den feuer magien es ist ein feuer kech sehr selten und äußerst wertvoll mehr weiß ich leider auch nicht über das ding erfahrung plus 250 die stadt auseinandernehmen mit ihm würde ich jetzt noch nicht wollen ich hätte gerne seine rüstung gehabt also habe ich nicht schon genug probleme hätte so gibt es hier oben noch mehr ja wir waren schon immer hier oben aber ich werde ich werde redock ganz bestimmt nicht verraten obwohl warte mal ich habe ne idee was die bauern dahinten angeht wir können ja körper mitnehmen also den bauern die ork patrouillen da wir können ja körper mitnehmen und dann kann er vielleicht die umlegen so was ist das ich in ruhe wenn mich hier kaputt noch mal gucken habe ich noch irgendwie okay was das angeht das richtig viel was ein folgenden so wird folgenden uralt und gelten das verschwunden seit vielen jahren das heißt dass die mächtige mag schwächkeiten besitzen aber ich bin kein expert wenn du ein verkehren findest sollte dann bringt ihn zu einem ordens brüder nach nordmar wo ist nordmar äh so nett nordmar jetzt ehrlich wo ist nordmar da haben wir fahrring ich glaube es gibt kein nordmar aber ich würde sagen wir machen hier dann vielleicht beim nächsten mal weiter weil ich bis jetzt immer noch nicht raffe was ich machen muss also was die orks da hinten angeht und die patrouille da oben weil ich die irgendwie nicht getötet kriege eventuell mit copper würde ich das nochmal versuchen dass er dann hilft aber ansonsten kein plan und daher vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's, euer MaxDeos und tschau ich bin's, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020